Bei welcher Bank hast du dein Konto, deine Kreditkarte? Ich bin derzeit bei N26. Ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Bank. Allerdings werden die auch gerade so ein bisschen BaFin geprüft. Von daher muss man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe auch von vielen Kontoschließungen seitens der Bank gehört. Selbst habe ich noch ein zweites Konto bei der DKB. Die Karte nutze ich dann, um im Ausland zu bezahlen und Geld abzuheben. Wir haben aber auch einen großen Girokonto-Vergleich gemacht. Google am besten mal Girokonto-Vergleich Finanzfluss. Dort kannst du dir die besten Angebote raussuchen. Eine separate Kreditkarte zum Girokonto habe ich nicht. Ich habe wirklich einfach nur die Karte, die man zum Konto dazu bekommt.